Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde New Super Mario Bros. You Deluxe Erschienen auf der Wii U gezockt auf der Switch Nachdem wir uns so mit diesem Fisch rumgequält haben Geht's jetzt endlich mal weiter Jetzt kommt die Hammerhöhle Und die ist auch nicht gerade einfach Aber immerhin haben wir einen Eichepilz bekommen So Ha Okay Okay Na dann wahrscheinlich die nächste Da ist ein Star-Toin Und jetzt nix Oder was Ja So Wow Wow Das ist nicht einfach Egal Hauptsache ich stehe da oben Warte mal Ah Ah Scheiße Trummel 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 Hammerhöhle Du 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 So, gut, dass ich das hier gerade waschen konnte. Oh, Luigi, wieso rutschst du denn überhaupt? Ich habe keinen Bock mehr gerade, aber ich versuche das trotzdem noch durchzuzählen, ansonsten mache ich das ein andermal. Heute habe ich ja genug Parts aufgenommen, obwohl ich nach dem Bowser-Fight schon auffüllen wollte. Das ist jetzt der neunte Part, den ich hier heute aufnehme. Warte mal, da oben ist bestimmt so ein Eicheldings drin. Wenn ja, wäre ich sehr verbunden und da ist er drin. So. Da haben wir es. Aber da habe ich einen Kniff. Aber auch nur durch den Eichelpilz, weil ich habe da sonst keine Chance an die Starcone ranzukommen. Oh, 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 oh. Das war knifflig. Da ist die dritte Point. Und das ist Ende. Okay. Und das ist Ende. Ich habe es geschafft. Ich bin fertig. Fliegen wir durch, komm. Unvernunft im Sumpf. Und das hört sich gar nicht gut an. Denn da brauche ich unbedingt den Eichelpilz. Vielleicht, dass ihr sonst keine Chance habt. Einmal hierzu. Gut, dass ich ihn habe. Lass mich ran, da war ein Geheimgang. Nö. Oh Gott. Ja, ich weiß, es wäre mit dem Wandsprung besser gewesen. Oh mein Gott. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Da war ein Geheimgang. Da war ein Geheimgang. Da war ein Geheimgang. Da war ein Geheimgang. Oh shit. Aber komm, das fliegen wir durch. Kein Bock auf sowas. Wow. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Nein, du hast es geschafft. Ich muss mal was trinken. Ich habe noch was da stehen. Brennende Klippen. Brennende Klippen. Und hier habe ich auch nach einer Starcoin abgesucht. von der ich gedacht hatte, die werde ich hier nicht finden. Dann habe ich irgendwann was Verdächtiges gesehen. Aber ich kenne das Level sogar in der New Super Luigi Version. Das hat der Pedomime komplett gestreamt. Und da war dieses furchterregende Level auch dabei. Ja, toll. So, hier war die Stelle. Okay. Ja, gar nicht fies. Ich komme hier noch so durch. Aber immerhin eine Feuerblume. Besser als gar nichts. Da kann ich einfach so mit den Flammenrädern mit. Perfekt. Und hier hätte ich jetzt eh noch eine bekommen. Von daher. Bruder. Halte durch. So. So. Okay. Jetzt müssen wir irgendwann irgendwie noch zum Ziel kommen. Und ich habe Angst. Nee, nee. Das wird so nichts. Das wird so nichts. Ja, aber treib mal. Übertreib mal. So. 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 Jetzt habe ich auf einmal wieder einen Lauf im Vergleich zum letzten Part. Schaffen wir das noch? Glaube ich jetzt sehr weniger dran. Weil es kommt ja noch die Morgensternfestung. Lakitu, Lakitu, Lakitu. Ja. Und ich glaube die kann ich auch nur mit dem Lakitu kriegen. bis auf den hier. Also ich rede jetzt natürlich von den Star Points. Lalala. Und da kommt auch schon der Lakitu. Ja, er leckt mich. Ist klar. Aber ich habe noch eine Feuerblume bekommen. Also einen kriege ich mit dem Lakitu auf jeden Fall. Und ist der hier? Mann. Was zum Teufel? Na, wenigstens gibt es hier noch einen Pilz. Okay, gleich zwei Lakitus. Ich bring auf ihn drauf. Danke. Ich werde den haben. Ah, da kommt noch einer. Dann werde ich den Lakitu mal wechseln. So, ich brauche den nur mit dem Kopf berühren. Fertig. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Jetzt kommt's. Die Morgensternfestung. Mysterium der Morgensternfestung. Und das ist so schwer. Und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt für S2 schaffen werde. Weil dieses Level ist einfach nur schrecklich. Aber wenigstens ein Level, das mich fordert. So, hat man noch wenigstens was zum Schluss. Ja, ich kann da so stehen bleiben. So, einfach durchhuschen. Dann hier springen. Nein. Okay, der respawns direkt. Das gefällt mir. Ich komme da nicht an dieses Ding dran. So. Und dann ist hier was. Oh ja. Das weiß ich auch noch. Einfach mal durch. Dann machen wir das mal so. Wie weit kommen wir? Nicht so weit. Scheiße. Massen wir das weg. Das kann mich jetzt das Leben kosten. Egal. Lass dich treffen, Bruder. Ich muss leider den Hit tanken. Nein. Nein. Gott, war das hart. Oh mein Gott. Ich glaube, ich behende erst mal den Part. Bis gleich. Aber warte mal. Da ist noch ein Level erschienen. Der letzte Level steht zur Verfügung. Dir wurde der Defeate Stern verliehen. Bis gleich.